herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und heute gibt es ein neues video über den aktuellen markt der kryptowährungen und in diesem video werde ich einmal darauf eingehen was ich in der nächsten zeit von diesem markt erwarte was man tun kann und natürlich auch was ich tun werde so wenn ihr das letzte video gesehen habt oder besser gesagt den letzten marktausblick gesehen habt dann wisst ihr dass ich damals von einem weiter anhaltenden aufwärtstrend ausgegangen bin bis zu einem bitcoin preis von 5000 dollar und von einem totalen market cap von 160 bis 180 milliarden dollar so bis 5000 dollar hat der bitcoin ist nicht mehr allzu weit und das aktuelle market cap steht bei 175 milliarden ich denke die 180 milliarden könnte er noch knacken und auch leicht darüber gehen je nachdem wie viel in die anderen währungen rein fließt und je nachdem wie lange es noch dauern wird bis der bitcoin seine 5000er marke erreicht ich denke es wird nicht mehr allzu lange dauern und jetzt ist das oder jetzt kommt das was ich in der nächsten zeit von diesem markt erwarte und zwar erwarte ich dass wenn der bitcoin seine 5000er marke geknackt hat charttechnisch liegt sie sogar ein bisschen über 5000 dass er dann die wände machen wird und eine korrektur eingeleitet wird und da der bitcoin die leitwährung ist denke ich dass er dann auch die anderen währungen mit sich ziehen wird und somit eine gesamte markt korrektur stattfinden wird und ich denke nicht dass es eine besonders kleine markt korrektur sein wird sondern dass es schon eine größere korrektur sein wird manche würden schon von einem crash sprechen davon würde ich auch sprechen also ich gehe wirklich von einer größeren markt korrektur aus wenn der bitcoin die 5000er marke geknackt hat es kann natürlich auch sein dass ich mich irre und dass der markt einfach konstant weiter nach oben geht aber wenn wir uns hier einmal das das totale market cap angucken oder den chart für das totale market cap dann kann mir eigentlich keiner erzählen dass das hier ein gesundes wachstum ist und wenn ihr euch ein bisschen mit den finanzmärkten beschäftigt habt dann wisst ihr dass dieses gewachstum wie gesagt ungesund ist und das ist eigentlich wenn es so steil nach oben geht auch wieder relativ steil nach unten geht oder nach unten gehen könnte wie gesagt es muss nicht sein es könnte sein dass der markt hier auch einfach weiter nach oben geht das wäre aber wie gesagt relativ unwahrscheinlich so wie gesagt ich gehe von der korrektur aus und was man bei so einer korrektur machen kann das sage ich euch das sage ich euch gleich erst einmal möchte ich euch noch einen kurzen tipp geben und zwar wenn ihr euch wenn ihr überlegt einen neuen coin zu kaufen dann beobachtet nicht nur den coin dass ihr jetzt denkt wo der ist zurzeit jetzt relativ günstig jetzt muss ich ihn einkaufen weil er kann ja eigentlich nicht mehr weiter nach unten gehen sondern achtet auch auf den markt ich weiß zurzeit sieht alles super aus und man könnte fast denken es steigt immer weiter allerdings habe ich euch ja gerade erklärt warum ich eben genau von dem gegenteil aus gehe auch wenn alle zurzeit ich sage es mal verrückt werden wenn der markt weil der markt so immer so weiter steigt und sie auch davon ausgehen dass es immer weiter steigen wird gehe ich eben genau von dem gegenteil aus vielleicht bin ich auch nur übervorsichtig kann ja auch sein allerdings möchte ich euch den tipp geben achtet nicht nur auf die währung sondern achtet auf den gesamten markt und guckt euch auch den gesamten markt an und nicht nur eine währung und da ich halt wirklich eine komplette markt korrektur erwarte ist auch das der grund wieso zurzeit oder jetzt schon seit ich glaube die letzte empfehlung war ja der omg und dies glaube ich jetzt zwei oder drei wochen her und seitdem habe ich keine neuen coins mehr gekauft und genau das ist der grund weil ich auch von einer markt korrektur ausgehe und deshalb keine neuen coins aktuell kaufe so und jetzt kommen wir dazu was man machen kann einmal kann man natürlich sagen okay ich bin ein investor ich sehe das ganze auf jahre hin dann kann man natürlich sagen okay ich halte einfach meine ganze position oder meine ganzen positionen ansonsten kann man natürlich auch noch sagen ich verkaufe teilweise ich ziehe zum beispiel meine investitionen raus und den gewinn lasse ich weiterhin drin oder man sagt natürlich ich verkaufe alles und das ist auch genau das was ich machen werde wenn in meiner telegram gruppe seid dann habt ihr mitbekommen dass ich bereits den lisk und den verge verkauft habe weil sie auf einem relativ guten kurs stand waren und ich sie dann dann die möglichkeit ergriffen habe sie zu verkaufen und das werde ich auch weiterhin tun also ich werde hier langsam meine coins die ich noch halte verkaufen und das wird so sein wenn ich ungefähr abschätzen kann wenn der bitcoin auf die 5000er marke geht ich denke wie gesagt es wird nicht mehr allzu lange dauern es kann natürlich sein dass sich das jetzt auch noch ein bisschen zieht aber ich gehe eher davon aus dass es nicht mehr allzu lange dauern wird und kurz vorher werde ich dann meine coins verkaufen und komplett aus dem markt rausgehen möglichst kurz bevor der bitcoin an der 5000er marke ist und dann werde ich wie gesagt komplett alles in viert geld tauschen und werde die größeren crypto währungen shorten zum shorten da steht da besteht auch viel interesse habe ich mehrere nachricht die mehrere nachrichten bekommen und ich habe auch eine abstimmung in der telegram gruppe gemacht wo wirklich die mehrheit also die deutliche mehrheit daran interessiert ist deshalb wird darüber auch noch ein extra video kommen wie genau ich das mache werde ich ganz genau darauf eingehen eventuell werde ich dann auch ab und zu mal in die telegram gruppe posten wenn ich jetzt einen trade öffne ein short trade beispielsweise das wird dann eventuell in der telegram gruppe folgen aber dazu gibt es dann mehr in dem video wo ich ausführlich über das shorten von crypto währungen spreche so aber wie gesagt ich werde komplett aus dem markt rausgehen und werde dann hoffen dass die korrektur eingeleitet wird und ich günstiger wieder einkaufen kann für den fall dass ich mich natürlich total irre das kann ja wie gesagt auch sein und der markt immer weiter steigt wäre das auch nicht schlimm ich habe zum einen auf jeden fall bin ich komplett aus dem risiko raus ich habe meinen gewinn mitgenommen und wenn der markt wie gesagt komplett weiter steigt wird es immer neue möglichkeiten geben wo coins wieder günstiger werden und man sie zu einem guten einstiegspunkt kaufen kann also so oder so eventuell verpasst man vielleicht was aber ich denke eigentlich nicht dass man verpasst weil es gibt jeden tag neue möglichkeiten und auf der anderen seite wenn man rausgeht hat man sein kapital abgesichert und genau das werde ich machen was sie für euch tut das müsst ihr natürlich selber entscheiden wie gesagt ich kann ich gebe hier nur weiter was ich mache und jetzt noch mal ein kurzer eine kurze zusammenfassung also ich gehe davon aus dass bei 5000 die wende kommt also dass die korrektur eingeleitet wird vielleicht ist ein bisschen darüber also charttechnik und der bitcoin hält sich relativ gut an die charttechnik ist es sogar ein bisschen über der 5000er marke aber so um die 5000er marke denke ich dass die korrektur eingeleitet wird und ich werde komplett rausgehen und shorten und zum shorten kommt wie gesagt noch ein extra video wo ich das einmal komplett erkläre wie genau ich das mache und ansonsten war es das auch schon wieder für dieses video ich hoffe es hat dir gefallen und weitergeholfen wenn das video gefallen hat kannst du natürlich gerne einmal einen daumen nach oben da lassen und wenn du mal auf dem laufen auf dem aktuellsten stand bleiben möchtest habe ich auch einmal eine telegram gruppe der link dazu ist unten in der beschreibung oder natürlich du abonnierst einmal diesen kanal da bleibst auch immer auf dem laufenden allerdings ist die telegram gruppe immer etwas schneller weil nachricht kann ich schneller schreiben als ein video zu machen und jetzt würde ich sagen wir hören uns im nächsten video bis dahin wünsche noch einen schönen tag ciao